Okay, fertig. Wow, der Sprung ist wirklich hoch. Was? Ah, dahin ist noch einer. Was? Fucking punch, motherfucker! Yeah, hier ist nichts mehr... Oh, Mann! Wie ich sie vermisst habe. So, meine Leute, ich mache jetzt hier mal einen kleinen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. Nur, dass das nicht halt wieder Asun-Klone wird. Bis später. Gleich. Whatever. So, da sind wir wieder. Okay, weiter geht es. Dam, 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 dam. Hier ist bestimmt auch so eine kleine Schlampe wieder. Ey, wie ich diese fliegenden Viecher hast. Ey, was ist das? Okay. Oh, nein. Nicht das schon wieder. Oh, Gott. Aber hey, an dem Teil heile ich mich auch. Wie cool. Ey, Moment, heißt das, ich kann mich jetzt an jedem Gegenstand heilen, der... Fett! Ey, die Sukkubus-Fähigkeit bringt's voll. Hast du's bald! Ey, die Leute wollen sehen, wie ich zocke und nicht so eine dämliche Eisenkugel verprügel. Ach, hier bin ich jetzt! Moment. Tatsache. Cool. Ach so, das... Ich verstehe. Ah. Der Alex hat was begriffen. Boah, wie er mit seinem Schädel gegen die Wand fliegt. Bam! Bam! Was ist da, das? Nichts. Und da ist... Geld. Erstmal hier rechts gucken. Na, endlich! Ey, das wurde auch mal Zeit. So, wo lang? Ach, da hätte ich schon mal noch weiter nach oben gekönnt. Okay, gut zu wissen. Moment, wo ist denn der Warp-Punkt? Der ist... Ja, ein bisschen weiter weg, aber macht ja nichts. Okay, weiter geht's nach oben und... Bam! Wusch! Äh? Ach so, das soll mich verwirren. Ich verstehe... Scheiße. Hm... Wusch! Was ist hier? Hier ist... Geld. Ein bisschen Kleingeld. Okay. Ich sag mal, kann sein, dass hier überall Geld ist? Ist das hier zum Geldfarben oder was? Okay. Ach so, ah. Hm, ich verstehe. Okay, dann gehen wir mal noch nach da. Wusch! Oh nein, nicht du! Weg! Wusch! Wusch! Ich hab was erblickt. Ich hab was erblickt. Ausrüstung. Wie heißt das Teil? Ähm... Hä? Das... Ach hier. Schwert der Dunkelheit. Okay. Ich in meiner Form als Nightmare würde das bevorzugen. Aber leider ist es... Macht es nicht genug Damage. Also bleiben wir bei dem Teil. Wusch! Ey, das ist saugeil, die Fähigkeit. Wusch! Ich fühl mich wie Fidel... Nein, äh, falscher Film. Ich fühl mich wie Michael Schumacher. Nein, warte, scheiße! Hier wie Superman! So! Doppelfail! Oh mein Gott! Ah ja, hier gab's ja das Geld. Dachte ich hier wäre der Nachriger. Hm. Okay, wenn ich mal für irgendwas Geld brauche, weiß ich, wo ich zu farm habe. Ho, ho, ho! Okay, das Teil macht mir Angst. Berechtigt. Ach so, ich verstehe da... Ach so. Ah, ein Trunk, den ich... Also, ich hab bis jetzt eigentlich fast noch nie Dingens benutzt. Ähm, wie heißt das? Mana Tranky... Ähm, ja, ETC. Moment, Moment, Moment. Das hier erinnert mich an... Oh mein Gott! Das erste Castlevania. Leute, für alle, die es nicht gesehen haben, das erste Castlevania. So sah der Weg zu Dracula aus. Oh mein Gott. Jetzt hab ich wirklich ein bisschen Schiss. Aber was ist denn da hinten dann? Komm, wir fähren raus. Oh mein Gott! Das ist sogar der Thronseil von Dracula, wie er sonst aussieht. Oh Gott! Oh mein Gott! Diebstahl schuldig. Ich verurteile dich zum Tode. Ja! Du bist ja irre. Besondere Freunde werde ich dich selbst bestrafen. Oh Mann. Ja, der greift sogar so an wie der Dracula damals. Mit diesen beschissenen Feuerbällen. Oh, das ist neu. Oh! Das ist neu. Ach, und ich kann die kaputt machen. Ach, dann heile ich mich sogar. Ach, dann treffe ich ihn aber nicht. Okay. Okay, ich muss jetzt überlegen. Heilen oder ihn treffen? Ja, ihn treffen. Aber gut, dass er mir die Alternative lässt. Wow, ja, übertreibs. Aber wirklich, sonderlich schwer ist er jetzt nicht gerade. Bis jetzt. Ey, jetzt treffe ich ihn gar nicht mehr. So, geht doch. Ja, toll. Okay, eben kurz ein Heal. Ich glaube, jetzt heile ich mich erst mal, wenn er diese Feuerbälle macht. Äh, die Feuerbälle! Ah, ich hätte mir doch noch Tränke kaufen sollen. Ey. Mist. Ah, hab nicht aufgepasst. Ja, ich hätte mir wirklich Tränke kaufen müssen. Mist. Ah, Mist. Ich hab mich geheilt. Das heißt, ihr müsst. Ey, alter Verrecke. Ey. Schon mal, weil... Dass ich keine Ahnung habe, was er da überhaupt labert. Ey. Mist. Jetzt lass ich mich auch nur von diesen scheiß Feuerbällen treffen. Ich hab mich auch nur von diesen scheiß. Shit. Ah. Geh drauf. Shit. Zu früh. Okay. Wow. Okay. Oh, ich lass mich sogar noch treffen. Okay. Ey, das ist gut. Für den Fall, dass er das hier macht. Dann kann ich mindestens ausweichen. Für mein... Scheiße. Ey, Alter. Wie unendlich viel Leben hast du eigentlich? Ah, ja. Ein neuer Move. Ein neuer Move. Wie cool. Okay. Komm, hol ne... Ja, und natürlich trifft das er nicht. Moment mal. Oh, ich war so blöd. Ich muss seinen Kopf treffen. Ah, jetzt rennt er sich in die andere Richtung. Jetzt wieder nichts. Ah, jetzt ergibt es auch Sinn. Und... Ja! Ich glaub's ja nicht. Ich bin noch... Ich hab das immer noch. Hat er gesagt, ich werd's dich zeigen. Oh. Oh, oh, oh. Ja, oh, oh. Ja, 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 oh. Was muss ich überhaupt angreifen? Ach so. Oh, nicht gut. Nein, nein, nein. Das lass ich nicht auf mir sitzen. Oh, was? Mist. Nicht gut. Mist. Mist. Okay, das Teil da oben nervt ein bisschen. Das war doof. Ja, aus dem Grund war das doof. Obwohl sonderlich schwer ist der auch nicht. Also, der Tod war schon ein bisschen schwerer, find ich. Okay, vielleicht liegt's jetzt auch daran, dass ich mich immer ein bisschen healen kann, oder? Ja, aber. Mist. Okay, weiter. Auch wenn es immer nur so ein Mini-Heal ist, er bringt's. Oh, shit. Wow. 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 Okay. Okay. Ok Aber das Ok, habt ihr euch schon mal das Bild anguckt Wie er gerade aussieht Also die zwei Frauenköppe Oder whatever das sein soll da hinten Also Schon, ok Au, au, wow, wow Ich hab da einmal nicht aufgepasst Das tut weh Ok Ah, so Das ist nicht Nein Seine magische Kraft haben ihn verlassen Das Schloss des Brach des Portals Zu deiner Welt müsste sich jetzt öffnen Was soll ich tun? Befehl dem Schloss des Portals zu öffnen Vielleicht bleibt es Schön, ich versuch's Ich befehle dir, öffne das Portal Bring uns die wir leben dorthin zurück Wie wir hergekommen sind Nichts passiert Du weißt, dass das Gewebe des Raums beginnt zu reißen Oh yeah Okay, mit der Endstory Machen wir das nächste Mal weiter, Leute Bis gleich Das ist die Ruhe der Familie Für uns haltet um treras